Moin Jungs und Mädels und willkommen wieder zurück zu Bioshock Infinite. Ja, ich habe das letzte Mal ja einen Cut gemacht nach dieser Türbesuchung, beziehungsweise nachdem wir aus der Tür gegangen sind und, ja, neuer Kontrollpunkt geladen und dann habe ich schon ganz zärtlich gesagt bekommen, da sind sie! Und, hm, deswegen habe ich gesagt, gut, mache ich mal ganz kurz Pause, denn ich möchte ja nicht während einem Schusswechsel die Aufnahme beginnen, beziehungsweise während wir da sterbend am Boden liegen. Und da habe ich mir gedacht, damit er das wenigstens nicht verpasst, wenn ich sterbe, mache ich Pause und dann kann es nämlich direkt weitergehen. Also, würde ich sagen, fucking Feuer frei! Ja! Yeah! Uhuhuhu! So! Es ist immer wieder schön, wie man... Alter, was ist denn hier los? Himmelarsch und... Zwirn! Ha! 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 Hahaha! Sehr gut! Okay, wir können, glaube ich, weiter, nachdem wir mal die Shotgun hier nachgeladen haben. Wo ist denn der Rest? Haha! Maschinengewehr? Äh, wäre vielleicht... Das geht hier nicht. Moskito, komm! Ha! Ha! Scheiß drauf, wir nehmen hier das Maschinengewehr. Alter, wir haben den Kopf total zerfetzt Ich wäre mal dafür, dass das Schild schneller nachlädt Wir können ja danach immer noch das Ding wieder, oh Alter Du Pisser Das gibt's doch überhaupt nicht, diese Mistdecke hier So, Mikro ist wieder richtig Äh, was haben wir hier? Ein Gesundheitskit, oh, das äh Ja, wollte ich nicht erschießen Was ist hier mit? Der ist tot Oh, wunderbar, gut, ich glaub wir haben das überlebt Ja, ich glaube Hier, Panzerfaust Alter, was ist denn mit dir passiert? Ha, 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 ha Ja, ich hab mit meinem Brüderchen übrigens gesprochen Der hat das Spiel schon durch, er hat mich zum Glück nicht gespoilert, ähm, er hat zu mir gesagt, ja, hier, Benny Tut mir leid, aber du kannst nicht mehr Waffen aufnehmen, als du jetzt schon hast, also nicht an der, äh, an den Waffentypen, sondern an der Waffenzahl, das heißt, wir müssen immer zwischen zwei Waffen wechseln Ist ein bisschen ärgerlich Aber gut, okay, das müssen wir halt so machen Ist kein Problem, können wir irgendwie schaffen Und wo muss ich denn jetzt hin? Was ist denn los hier? Okay, komm, ich würde sagen, Feuer frei Ha, ha Zurück, ja Schön Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig, Alter, den hat's ja auch wieder zersägt Nein Da, du Pinn Ui, 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 ui Alter Was ist das? Nein, weggehe, weggehe Ah, kacke, 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 kacke Fuck Oh, super Der gehört ja zu uns Wunderbar Oh, volle Breitseite ab, komm Ja, der Kopf ist Ja, ja, ich weiß Manchmal findet die das Ist ja noch einer So, dem sein Kopf ist auch weg Alter Das sind mir zu viele Sachen hier jetzt Ja, ich weiß das Geht das jetzt auch weg, oder? Ja, geht doch Oh Das war gerade schon knapp Wo ist die Schlüssel? Hier So, wie schaut's aus? Ich könnte mal Äh, etwas, etwas Gesundheit gebrauchen Wo muss ich überhaupt hin? Na toll Ich hätte hier gar nicht lang gemusst Aber Was ich machen wollte Ich wollte hier was nachschauen Denn ich bin ja nicht umsonst hier irgendwo gelandet Komm weg zur Kasten Her damit Ähm Ne, hier können wir Können wir hier durchklettern vielleicht? Nö, schade Dann gehen wir mal hoch Der ist ja zum Glück auf unserer Seite Haben wir nochmal Glück gehabt So, wo ist der Rest? Ui Ja, komm her damit Danke Alter, das gibt's doch gar nicht Läuft der hier rum? Boah Stirb jetzt Ja, genau so wollte ich das Der Kopf sollte platzen Was haben wir hier? Schlüssel, Kassette Äh Wer gibt's hier nicht, oder was? Ich hätte ja eigentlich mal gehofft Dass es hier so eine Art Foxophon Oder wie das Scheißding heißt Gibt Aber nee, oder was? Hm Okay, den hätte ich Scheiße Naja gut, was ist das hier? Oh, ein Lockpick Sehr schön Hat sich die Reise doch gelohnt? Okay, ich würde sagen Wir gehen weiter Und Geld Geld ist sehr wichtig Geld ist immer wichtig Ah, hier, komm Ui Ach, scheiße Wo müssen wir hin? Aha Oh, andere Richtung, oder was? Nein Nein, 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 nein Moment Haha Ich hab die Bahn verpasst So, jetzt sind wir richtig Mann Das gibt's doch überhaupt nicht hier So Äh Hier ist Sendepause Zumindest für mich mal ganz kurz Möchte ja nämlich was nachschauen Wir könnten hier weiter lang, ne? Du willst, dass wir da weitergehen? Hallo Kehre zu Oh, Alter Ah ja, okay Doch, wir sind hier richtig Super Ja, wo ist denn unsere Begleiterin? Wo hängt's denn? Ah, da bist du ja Wollte schon sagen Normaler Was bist denn du? Oh, hier Guck mal Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache Shit Gibt's hier irgendwas? Oh Der ist weg Oh Scheiße Shit Shit Okay, dann machen wir das einfach so Boah Den hab ich verletzt Ah Scheiße Sowas wie Granaten wäre super Tschüss Ah Und tschüss, Mann War's das schon oder was? Geil Haben wir doch Ich bin doch gut im Schießen Und in anderen Dingen Vor allem in anderen Dingen Aber im Schießen bin ich auch ganz gut Ja doch, so Schießen könnten wir eigentlich stehen lassen So, was haben wir denn hier wieder? Ich hoffe, das ist übrigens nicht schlimm Dass ich hier immer nur so durchgehe Damit wir die, äh Auslösung ganz schnell wieder bekommen Ich heiße Bucke Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen Ja bitte Schossen werden Falls es sie interessiert Da drüben ist Ausrüstung Oh, du Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen Danke Was kriegen wir denn hier? Munition für Scheiße Ja gut, komm Das können wir uns doch mal leisten Acht Dollar Ich glaube, das ist noch im Grenzbereich Hier waren wir auch schon mal, ne? Ach ja, das war ja Minus Ne, keine Ahnung Ja, hier waren wir auch schon Schön, dass wir immer wieder An den Ort des Verbrechens zurückkommen Top Alter, was war denn Was war denn das jetzt? Warum hat man das geladen? Okay Sehr strange Kann man das, äh Nö Ich frag mich gerade Konnte man im ersten Bioshock auch schlagen? Ich glaub nicht, ne? Ne, im ersten Bioshock konnte man nicht schlagen Aber ich kann da mal die Tür rein Zum, äh Schock Jockey Kommt wir auf Waren wir hier schon mal? Ja, hier waren wir schon mal Ja, ja, hier waren wir schon mal Schön hier, gell? Gibt's hier oben vielleicht irgendwas? So Geld Oder Liebe Liebe wäre super Ja, ich glaub, da liegt ein Lockpick Alter Fast Hier haben wir Ah Ich war hier doch noch nicht Cool Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten Aber er schuf nur einen Cornelius Slate Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf Durch die Gesandtschaften in Peking Und, wie er sich ausdrückte Sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging Heute beim Appell fragte Slate mich Ob ich Sergeant Monroes Tochter sei Ich sagte Ja, Sir, die bin ich Und Slate sagte Dein Vater wollte immer einen Sohn Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte Ahaha Habe ich nicht verstanden Ist ein bisschen blöd Das Problem ist, da ich Ein Headset aufhabe die ganze Zeit Verstehe ich Ich frage mich nicht, wieso Keine Ahnung Ich verstehe manchmal einfach die Story nicht Also die Dialoge Ich weiß nicht, ob es daran liegt Dass ich nicht zuhöre Oder Manchmal, keine Ahnung Oder dass ich mit dem Gefecht bin Und dann nicht weiß, was ich machen soll Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht Ach, da unten Boah, Alter, ist das nervig Hier, Schreibtisch durchsuchen Haben wir doch schon mal, gell Anscheinend nicht Lass uns doch mal da reingehen Aber wir waren doch schon mal da drin Ich bin doch nicht doof So, was haben wir hier Ja, ich danke dir auch Weiß nicht, ob wir Geld brauchen Wir haben Geld Äh, was sind Ach, Zucker Samir, waren wir doch schon mal Ich bin doch nicht doof Oder vielleicht doch Keine Ahnung Komm, scheiß drauf Wir haben es ja gerade Ja, ja, komm Bla, bla, bla Kommt das Ding auch grad mit Bla, bla Wunderbar Das hätten wir Ähm Klar, bei mir ist schon mal Ich bin doch nicht bescheuert Oder doch Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht Doch, natürlich Also bitte Wir waren hier schon mal Das wurde einfach nur nochmal neu geladen Oder ich war einfach ungründlich Habe ich schon ungründlich? Nö, ne? Alter Okay, das bringt nichts Scheiß drauf Wir gehen hier wieder raus Und gehen mal Richtung Dingsbums Ähm Richtung Aufgabepunkt Wäre vielleicht mal ganz praktisch Ich bin froh, dass wir hier nochmal reingegangen sind Denn sonst hätten wir dieses Roxo-Phone nicht gekriegt Ich weiß zwar jetzt schon Dass wir nicht alle erreichen Oder bekommen werden Aber wir könnten ja wenigstens mal probieren Oder wenigstens so tun Als würden wir es probieren So Ich bin froh, dass wir hier noch nicht verletzen sind Also wenn wir hier noch nicht verletzen sind Ich bin froh, dass wir hier noch nicht verletzen sind Und dann können wir hier noch nicht verletzen sind